So, Freunde, das ultimative Experiment. Ich versuche jetzt mal einen Monat lang mit einem ganz normalen Angestelltengehalt auszukommen. Mal schauen, ob das funktioniert. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt holen wir mal das ganz normale Angestelltengehalt raus hier. So, dann steigen wir mal ein hier. Oh, den Motor. Fuck, der steht auf Sport Plus. Schnell auf Komfort runter. Wir dürfen nicht zu viel Benzin verbrauchen. So, zu Hause angekommen. Dich darf ich jetzt leider erst mal nicht fahren. Tut mir leid. So, mal schauen, was im Briefkasten ist. Ein Brief. Okay. Ah, ein Brief von Lambo. Was bekomme ich denn? Was bekomme ich denn? Ach, Inspektionsrechnung. 5.000 Euro. Scheiße-Experiment verkackt. Und wenn du aktuell unzufrieden in deinem Job bist, dann kann ich dir zeigen, wie du nur mit einem Smartphone durch einfache Online-Beratungsgespräche 10.000 Euro pro Monat verdienen kannst. In meinem kostenlosen Videokurs auf hamsterradverlassen.de. Einfach kostenlos sichern, durcharbeiten und sofort durchstarten.